das ist doch was feines eigentlich knapp 300 dauert ein bisschen dann aber obwohl die eigenen sachen verkaufen wir ja dann auch kaufen er hat das er hat das dann ach habe ich sogar geschafft drei stück zu kaufen ach so ja so dämlich habe ich doch schon ich habe doch zu wenig kohle 50 haben wir da was zu verkaufen knochen drei stück schon wieder natürlich reicht das nicht 22 wie viel kriegt man dafür eigentlich 25 30 stück haben wir davon 4 15 wein 40 kommt verkaufen wir einmal ein wein der frage ist gerade nachher können wir gucken bei ihnen weiß ich dass wir das haben geht ja runter dann ich darf aber nicht ja ja wir haben ihn auch gegeben gab deswegen okay das sind die beiden dann nur noch er und unser kleiner ninja ich habe mal kurz mein maul gehalten weil hier motorrad lang gefahren ist eben bisschen wird man das wahrscheinlich gehört haben dann kaufen wir ihnen den stadt okay inventar waffen dann legen wir ihnen mal an und kaufen das andere ding verkaufen ok wir kriegen wahrscheinlich nur etwas mit 300 337 ok bisschen kämpfen das man heilen die heilen uns ja nicht irgendwie hier ach was kaufen ok ist das denn placebo usb l always on ok habe so zehn prozent und das haut ja alles runter was du drauf hast ja gut brauchen wir aber nicht hast du denn was für uns nee die frage ist müssen eigentlich keine rein ich speichere hier vorne mal kurz wir schauen erst mal äh ok wir müssen hier überall lang laufen was ist wenn wir da lang gehen wird funktioniert nicht hey funktioniert nicht ach doch nicht nochmal schade funktioniert nicht warum auch immer kommen wir denn da hin ach so ja gut ach so ja wo kommen wir denn da hin ok da waren rüstungen kämpfen wollen wir dann mal wieder tschüss tschüss nach hinten mit dir bam hier müssen wir natürlich wieder auf Verteidigung gehen weil er irgendwie viel zu viel Schaden eigentlich nimmt oh gehen wir immer noch stärker rein bam und wieder auf den gleichen war ja so klar das war klar Feuerball Feuerfeuer Feuerball bisschen Massenchart reinhauen ein bisschen rein zwiebeln der ist sofort down würde aber nichts bringen das ist einfach nur Verschwendung an Energie dann oh warum drücke ich nochmal falsch fuck scheiße ey komm die schleudern wir nochmal nach hinten da wo du hingehst tschüss ähm den können wir erledigen machen wir auch tschüss einer weniger jetzt greifen wir aber mal mit denen an so Feuerball so bam schade dachte die beiden sind erledigt joo immer noch weiter runter tschüss zack zack haben wir rein naja wir haben ja auch genug zu fressen zack so jetzt aber wie viel Kohle kriegen wir denn zack 260 500 äh 627 joo das ist doch schon mal was hm ach haben wir jetzt na gut wir wollen ja was mit 300 Inventar Panino nachher bauen wir es grad nicht du kriegst davon ein bisschen so der Wein zack dann mal voll auffüllen Bier bekommst du oder nicht zubesoffen werden zack zack ok speichern wir hier nochmal ich glaub wenn wir da hochgehen kommen wir zu Destiny ja kommen wir auch wo gehst denn dahin ah da sind wir da auf der anderen Seite können wir dann wohl wieder zurückfliegen ne ne schade wir müssen wohl da hoch schauen wir mal aber erstmal kämpfen wir so den schubsen wir nach hinten tschüss dann verteidigen wir ihn mal wieder obwohl der hat die meisten MP aber er kriegt am meisten Schaden noch ähm ähm hier Nightjadu ja oder mal Schaden zu wie immer ähm Feuerball jetzt hauen alle mal auf ihn wieder rein oder er macht nen Tornado so so mhm ja gut den könnten wir nach hinten hauen zack so dann jodeli jodetai tipp machen wir den noch oh sogar kritisch auch gut hauen wir den auch nochmal weg oder auch nicht wieso sollten wir auch so tschüss Feuerball Einer weg ähm komm 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 schade hättet ihr klappen können ähm boah meine Kille wär trocken war ganz schön grad sollte nicht so viel quatschen oder mehr trinken so zweimal neues Level mhm von der Stärke her ist er ja wirklich gut würd sagen ähm ein davon rein cool das und da noch ein äh obwohl er so viel Zähigkeit schon hat ne das ist krank ah mehr MP braucht er ok 260 kriegen wir dazu ok nochmal speichern oder sowas speichere ich immer lieber gerne guck mal das hey Team was macht ihr hier wir sind auf einer Mission Destiny hat uns erzählt wer ihr seid und was ihr vorhabt wir sind die neuen Helden und wir haben einen Auftrag oh wir müssen gegen die kämpfen oh das gefällt mir irgendwie nicht der Trottel tut mir leid das war klar naja wir versuchen das mal tschüss dann haben wir wenigstens einen Teil angreift grad wow den müssen wir wie immer verteidigen erstmal improvisierte Waffe etwas ist der denn da geworfen eben wow man 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 kann ich glaube wir müssen generell gleich noch ein bisschen trainieren Nigel du haust ja eh kaum Schaden rein deswegen wäre schon ganz gut wenn die kaum Magie hätten oder ach ne ach ne wow machen wir den Feuerball mal gucken wieviel wir Schaden zufügen wow 168 what cool so dann schubsen wir dich auch mal nach hinten das war klar so dann greifen wir ihn mal an wir müssen alle soweit der Schaden hinzufügen oh da boh ähm ja den haben wir auch mal nach hinten wieder aber ich glaube wir sind viel zu schwach dafür oder eher gesagt das glaube ich nicht nur das weiß ich ähm ja Feuerball hat der bei den einen eben eigentlich gut geholfen eben der äh äh 277 45 91 wieviel leben haben die Viecher denn meine Güte äh bab bab was wieviel gibt das denn 100 mp und 100 lp okay wir haben auch 35 davon das bringt das und das bringt das machen wir das so ouch yo scheiß die wand an oh mein gott noch schwerer geht das nicht oder hohohoho meine sind viel zu schwach dann gehen wir ja auch game over hier so dann schubsen wir ihn mal nach hinten dann heilen wir mal alle äh ne komm ich mach mal so Heilung 3 ja gut heilt euch doch mal alle ehrlich viel stärker als wir was bringt das eigentlich was bringt das eigentlich wieviel 201 hm hätte jetzt am wenigsten 270 oh oh meine nö kein verschanzen wir haben Fertigkeiten Gegenstand machen wir das so improvisierte Waffe boah diese Dreckskerle hier ne der ist auch mies Geh mal auf ihn hohoho what ach du scheiße das ist reingehauen eben den schicken wir auch noch hinten äh vielleicht hätten wir zu Anfang an schon ja ist klar heil ihn doch einfach wieso auch nicht danke Francis ist tot boah komm Francis wir brauchen dich so heil den Dreckskerle auch einfach mal tschüss weg ist er Gegenstand wir müssen heilen 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 unbedingt ja wen denn wen denn wen denn von den beiden sagen ihn hier erst mal weil er am meisten angegriffen wird sage ich ja das war gut dass ich das gemacht habe so dann greifen wir dann als nächstes an welcher ist der noch hier er heilt er ist so ein Dreckskerl ein dreckiger Heiler erst mal heilen unsere Leute oh meine Güte ey die die Verteidigung haben wir bei ihnen echt erst mal auf ihn nein ja jetzt heilt euch doch nochmal ist klar tu mich auch äh ja komm ich greif mit ihnen an auf den da den dreckigen Heiler wie weit kann ich den weit zurückschleudern ja dass er nichts machen kann oh tschüss das war er geclaimed ach gleich zwei tot scheiße wir brauchen erstmal ihn ja 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 was was war das komm leb wieder warum landet er da äh ja ich mach ich hau ihn erstmal nach hinten tschüss Fertigkeiten zur Beheilung Fertigkeiten zur Beheilung obwohl das hilft er hier nicht beim Tod aber der hat uns jetzt voll geheilt dann und wenn ich das nehme ja ja komm gut ich gebe ihm das erstmal ouch oh scheiße gegenstand extra leben sack das ist gut gegenstand einmal hoch damit ja er hat keine verteidigung mehr das ist gerade das vom Problem hoffentlich bleibt am leben ja heil doch einfach mal ist auch nicht der heiler der ist der neffige der nefft extrem ab nach hinten mit dir noch weiter ging eigentlich nicht aber naja ähm ich glaub ich heil ihn nochmal hoch weil jetzt wird angegriffen oder auch nicht ja jetzt mhm entferne nur der muss weg lass uns heilen der Miss Katie mal weiter los weg mit dir ja der ist weg der ist weg das ist doch schon mal was weh er haut auch nicht Schaden zu der muss weg jawohl ja alle heilen einmal boah ey was für ein Dreck die schauen wir mal nach hinten tschüss äh tip eigentlich brauchen die jetzt nochmal er hier ja ja er ist viel zu stark der muss nämlich auch nochmal runter 503 what? geil gut dass wir so viele extra leben haben das ist schon mal was feines naja der haut nicht wirklich viel zu und der hat auch kaum MP noch dann haben wir den nochmal weiter nach hinten 47 deswegen ja inferno auf ihn bam nochmal auf ihn hätte ich schon zu Anfang anzumachen müssen mhm soll ich ihn heilen soll ich ihn nicht heilen ne komm obwohl ich glaube er Mike braucht nochmal das hier dann kann ich mit Mike nochmal alle hochheilen kurz dann sind die Schwachen auch immer geheilt und gleich wird er wieder angegriffen so komm 550 schon wieder kritischer Treffer ey das läuft doch super jetzt weg ist er oh cool mhm ja komm nochmal alle heilen oder ne komm hier ich geb dir mal einen Stärketrank was ich nochmal ordentlich Schaden zu fixe jetzt bam 297 naja ist aber ganz gut schon MPs müssen aufgefüllt werden unbedingt weil da kann ich jetzt nicht mehr angreifen mit soo schade dass keine 566 dass es keine MP Heilung gibt mhm mhm als nächstes ist er dran also braucht Francis erstmal dann Super Heilung hier wer wird ihn wahrscheinlich angreifen war klar gut dass ich das gemacht habe schicken wir ihn nochmal weiter nach hinten dann kann er natürlich jetzt nur mit der Attacke gerade angreifen ist nicht so schlimm aber ja hat gut Schaden hinzugeben erledigt geschafft pfui Deivel 12% des Kampfes K.O. gewesen hohohoho oh man wir müssen seine Resistenz mal erhöhen so ihn machen wir das mal hoch er bekommt das hier und er bekommt mehr MP ok rote Kugel 2000 what es musste getan werden ihr Shows und Filme waren Müll na eigentlich ihre Shows und Filme waren Müll mit 2 2 3 6 6